Money, 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 das ist das, was doch alle wissen wollen. Heute zu Gast Michael Keller. Michael, schön, dass du hier bist. Danke. Und wir haben heute über ganz, ganz viele Themen vorzusprechen, unter anderem, warum ein Bausparvertrag für euch nicht das Richtige ist, warum es jetzt sinnvoll ist, die Wohnung zu kaufen und zu verkaufen, warum selbst wenn die Zinsen fallen sollten, die nächsten 12 oder 18 Monate, da haben wir beide wieder Wette zu laufen, dass es trotzdem sinnvoll ist, jetzt zu kaufen oder auch jetzt zu verkaufen und was passiert eigentlich mit den ganzen KfW-Geschichten, was kommt da eigentlich auf euch zu, des Leitere Wohnungsbauprämien oder Förderung, die ihr da anspruch nehmen könnt. Schaut hier zu, da kriegt ihr alle diese Fragen beantwortet. Herzlich willkommen heute zu unserer 46. Sendung Berliner Immobiliengespräche. Heute zu Gast unser Experte für das Thema Money, Money, Money. Wie komme ich ans Geld? Und zwar Michael Keller. Schön, dass du da bist, Michael. Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Für diejenigen von euch, die hier noch nie bei so einer Sendung dabei waren oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei sind, jetzt heute dann bitte euer Ton ausmachen. Ansonsten macht das der Nick, der guckt, dass ihr nicht reinsprecht. Ihr könnt aber jederzeit Fragen stellen über diesen Chat. Diese Fragen werden gesammelt. Und er hat uns ja im Vorfeld schon ganz, ganz, ganz viele Fragen gestellt, weil jeder möchte natürlich gerne ein besonders günstiges Darlehen bekommen und will natürlich wissen, wie man überhaupt heutzutage ein Mobil kaufen kann. Kann man denn überhaupt noch ein Mobil kaufen? Also das sind Themen, die wir heute hier gemeinsam besprechen. Heute die Sendung ist komplett auf Deutsch. Das heißt also, wir haben 60 Minuten deutsche Fragen und deutsche Antworten. Und wenn ihr jetzt nicht Deutsch könnt, dann könnt ihr euch gerne nochmal bei mir oder beim Nick einen persönlichen Termin besorgen und mit uns dann nochmal genau besprechen, was genau wollt ihr kaufen und wie kriegt ihr eine Finanzierung. Auch dort kann der Michael euch weiterhelfen. Ja? Super. Michael, du machst diesen Job schon sehr, sehr lange. Darf ich fragen, wann hast du angefangen, Finanzierung zu machen? Start war mal bei der WAN. Da gab es noch Schreibmaschinen und Tiffix und Zinssätze von 12,5%. 79 war es, 91 selbstständig gemacht und seit 2003 unterhalte ich mehr Büros in dieser Stadt für Dr. Klein. Dr. Klein, denke ich mir, ist bekannt, einer der beiden großen Online-Anbieter und dann letztendlich einer der Global Player im Immobilienfinanzierungsbereich. Hast du überhaupt mal überlegt, wie viele Immobilien hast du in deinem Leben schon mal finanziert? Oder steigt das deine mathematischen... Ganz locker lang, also finanziert. Wir bringen, glaube ich, so 1000, 1200 Kunden pro Jahr auf den Weg. Wow. Ja, und wir haben, glaube ich, so dann noch einen relativ großen Bestand an Kunden. Plus natürlich auch die, die immer mal im Vorfeld angefragt haben, in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren, die haben wir natürlich auch am Bestand. Aber das ist schon so die Zielsetzung, die war einfach mal in der Form. Und wir bespielen natürlich die breite Palette von allen, was letztendlich geht. Also das ist nicht nur das traditionelle Geschäft, sondern es ist auch logischerweise, wie du eben gesagt hast, englisch sprechende Kunden, Personen mit Blue Card, befristete Aufenthaltserlaubnis. Alles, was kritische Dinge sind, die man auf Google 1 bis 3 liest, lösen wir gerne. Du hast den Immobilienmarkt ja dann seit 1991, also auch schon früher. Aber fangen wir mal seit 1991 an zu sprechen. Ich glaube, das reicht schon. Und da gibt es ja viele, die noch gar nicht so alt sind, die auch nicht so lange sich mit dem Kauf an Immobilien befassen. Die kennen Zinsen von 1%. Sie kennen, Immobilienpreise gehen immer steil nach oben. Wir wurden ja früher verschrien, weil wir gesagt haben, ein durchschnittlicher Marktwert ist zwischen 3 und 5 Prozent im Jahr. Der steigt und nicht 10 oder 12 oder 15, da wurden wir häufig ausgelacht. Mittlerweile sind wir bei minus 10, minus 15 Prozent Markentwicklung im Vergleich zum Spitzenjahr. Das war Ende 2021, Anfang 2022. Du hast ja schon viele solche Wechsel erlebt. Wie siehst du denn aktuell die Situation? Ja, aktuell ist es ganz einfach. Es ist spannend. Ja, es ist einfach spannend. Und ich habe einen Spruch dazu immer. Es ist Zeit für Mutige, sich mal letztendlich bemutigt, die aktuelle Situation wirklich anzuschauen. Fakt ist, wir bauen immer nach wie vor zu wenig Wohnungen. Wir haben gerade speziell in Berlin einen Zuzug von Menschen, die Wohnraum benötigen. Wir sehen steigende Mieten in horrenden Bereichen. Und das alles führt dazu, dass trotzdem aufgrund der gestiegenen Zinssätze eine Zurückhaltung ist. Bisher hat die Politik, glaube ich, auch drin geholt, dass viele sich Gedanken einfach dazu machen, kann ich mir das überhaupt leisten? Eine große Verunsicherung ist da. Aber, und jetzt sage ich aber, es ist wirklich an der Zeit, in Ruhe zu schauen, zu gucken, habe ich die geeignete Immobilie, weil die Gesamtsituation, gerade speziell in dieser Stadt oder auch im direkten Umland, wird sich nicht verändern. Wir brauchen Wohnraum und jetzt deutlich einfach umgesagt, die Politik bekommt es aktuell nicht hin. Jetzt heißt es immer so schön, die anderen sind schuld, aber wir selber sind ja die Immobilienbranche. Du besorgst die Knete, ja, und ich muss gucken, dass ich einen Käufer kriege oder einen Verkäufer, der verkaufen will. Was können wir denn ganz konkret ändern? Was ist denn aus deiner Sicht etwas, was wir beeinflussen können? Ich sage jetzt mal, das Erste ist erstmal die Erwartungshaltung, die ein bisschen der Verkäufer ändern muss und der Verkäufer. Der Verkäufer muss die Erwartungshaltung ein wenig verändern, dass sie die Preise von 2021 nicht mehr durchgesetzt bekommen. Der Erwerber muss aber auch bereit sein, was in der Vergangenheit so war, 20, 22 Prozent des Nettoeinkommens für Zins- und Tilgungsleistungen auszugeben. Dann müssen wir schon Richtung die 30, 31, 32 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens sein. Das ist der erste Punkt. Also beide Parteien müssen sich wirklich annähern. Und das Zweite ist, was ich natürlich immer sage, Marktkenntnisse, 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 die sich wirklich der Marktsituation stellen und dann auch sich die geeignete Immobilien, wenn sie da ist, auch den Mut einfach haben und zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt. Die Preise fallen, heißt es da draußen. Jetzt fürchte man auch wiederum die Preise steigen. Du hast ja schon viele, also im Englischen würde man sagen, Market-Shifts, Market-Veränderungen erlebt. Und ich fühle mich so ein bisschen als 2008, 2009, 2010 erinnert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin auch schon ein paar Tage dabei, aber nicht so lange wie du. Wie siehst du es denn? Fühlst du dich an die Zeit erinnert oder denkst du eher so an die 90er Jahre oder Nuller Jahre? Nein, ich denke, erst mal grundsätzlich, was die Marktsituation ist. Wir haben einen letztendlich leicht fallenden Marktpreis aktuell. Woran liegt das? Natürlich, weil aktuell ein leicht höheres Angebot und ein geringer Nachfall ist. Das wird sich umkehren. Und ich glaube, relativ kurz versiebert sich das umkehren, dass in den kommenden zwölf Monaten eine Veränderung wieder da sein. Wir spüren das ja aktuell schon wieder. Diese totale Verunsicherung aus dem Januar, Februar, Dezember, das weißt du ja selber, wo man gekürt, der Markt ist tot. Das ist vorbei. Wir haben regelmäßig, immer wieder, jeden Tag Finanzierungsanlagen, die Kunden suchen. Wir haben gestern ein Kunde, der hatte drei Mitbewerber auf eine Eigentumswohnung und alle vier wollten diese Wohnung kaufen. Und der rief mich am Sonntag an, was muss ich tun, damit ich diese Wohnung erwerben kann? Also da gibt es schon aktuelle Veränderungen, die uns in der Marktsituation einfach treffen wird. Parallel bin ich relativ sicher, dass wir gerade in kürzester Zeit, glaube ich, auch hier und da eine Wohnungsbaufförderung noch mal bekommen werden. Durch das Land Berlin, beziehungsweise das Land Brandenburg hat es ja seit Oktober schon zur Verfügung gestellt, wo wir dann noch mal einen Einstieg haben, gerade für Familien, für junge Familien mit Kindern, die es erleichtert bekommen, eine Immobilie in Berlin oder wo. Es hast du ganz viele Sachen gesagt und wir gehen mal kurz an. Sorry, Sie essen. Ganz kurz gehen wir mal dran. Nick, ist alles in Ordnung? Wir gehen jetzt mal über ein paar Themen ein, weil du hast jetzt ganz viele Sachen reingeworfen, die vielleicht den einen oder anderen Zuschauer nicht kennen, also Wohnungsbauprämie, Marktveränderungen etc. Wir beide haben ja auch eine kleine Wette zu laufen. Du gehst ja davon aus, dass die Zinsen noch mal runtergehen. Wir sind anderer Meinung, dass sie nicht kurzfristig runtergehen. Aber sag gerne noch mal deinen Vorkasten. Die sind wir sehr gespannt. Also grundsätzlich gehen wir fest davon aus, dass sie, also ich persönlich gehe relativ davon aus, dass wir zeitnah, das heißt, speziellestens in 2024, wieder dezent die Zinsen fallen werden. Warum muss das passieren? Weil wir erleben das ja selber in den allgemeinen wirtschaftlichen Daten. Unsere deutschen Wirtschaft geht schlecht. Wie können wir die deutsche Wirtschaft ankurbeln? Mit logischer Zweitthemen. Wir sind ein exportorientiertes Land. Das heißt, wir müssen höchstwahrscheinlich einen schwächeren Euro akzeptieren. Wie machen wir das? Indem wir die Zinssenkungen letztendlich vornehmen wieder, die wir in der Vergangenheit mit den Amerikanern immer mitgelangen sind. Und ich glaube, über leicht niedrige Zinsen, nun gehen wir nicht wieder von den Scheiben aus 2021, dass wir die 0,5 oder 0,34 finanzieren. Aber wir werden tendenziell, bin ich relativ sicher, in 2024 Zinssätze im 10-Jahres-Bereich sehen, wo wir wieder um die 3. Meine Wette mit dir lautet, ja, ich unter 2,99. Ich bin froh, wenn ich meine Wette verliere. Aber mir keine Sorgen. Gut, aber da holen wir noch ein andermal ab. Vielleicht auch mal für euch als Zuschauer. Noch mal ganz wichtig, es gibt auch Propheten, die positiver sind als wir. Was bedeutet das aber eigentlich, wenn die Zinsen tatsächlich jetzt, wir sind ja ungefähr bei 4, ne? Genau. 4 plus minus X. Ja. Eher so weit im Augenblick. Ja. Nein, nein, nein. Also wir sind schon noch so in der Bankbreite, nach Beläubungsauslauf und da zwischen 3,6 und 4,3, 4,4. Okay. In 10 Jahren. Das heißt, du würdest 1% ungefähr abziehen. Du sagst unter 3, ne? Ja. In 12 Monaten. Was bedeutet das für euch als Käufer und auch als Verkäufer? Also zunächst mal als Käufer bedeutet es, dass die Preise wieder nach oben gehen. Ja. Wenn die Zinsen fallen. Und das ist ja das Lustige. Das Argument, was wir ja häufig hören als Mobilenmarker ist, ich warte, bis die Preise oder bis die Zinsen fallen und dann fange ich an zu kaufen. Guckt euch bitte das zu auf unserem YouTube-Video. Ich habe es wirklich versucht, so einfach zu machen. Ziel ist es nicht, den höchsten Preis oder den niedrigsten Preis zu erwischen, sondern den Trend. Du musst ein Trend sein. Und das, was der Michael gerade gesagt hat, der hatte nochmal noch mehr Berufserfahrung als ich. ist natürlich den Trend zu erwischen. Also wenn nächstes Jahr die Zinsen fallen sollten, und du hast recht, was passiert mit den Preisen? Sie werden dann sehr, sehr schnell wieder nach oben gehen. Weil der einzige Grund, dass die Preise gefallen sind in den letzten 12 oder 18 Monaten, ist ja, dass die Zinsen gestiegen sind. Und zwar so schnell von 1 auf 4 oder von unter 1 auf ungefähr 4. Dass die Leute das einfach, die waren geschockt, die waren paralysiert, auf einmal reicht das Geld nicht mehr, die Wohnung wird immer kleiner, ich muss aus der Stadt ausziehen und so weiter. Und wir sehen das. Also ich kann dir vollkommen recht geben, der Markt zieht gerade wieder an. Wir haben jetzt August 2021 und wir haben noch nie so viele Anfragen gehabt wie jetzt. Ich glaube, die Anfragen, so 3, 4, 500 die Woche. Also das ist so wie die spitzen Seiten. Übrigens ganz wichtig, die Anfragen, das sind von relativ bonitätsstarken Käufen. Ja. Also jetzt haben sich viele zurückgehalten und haben geguckt, was passiert mit dem Markt. Jetzt kommen Leute mit Geld, in Anführungszeichen, wieder und sagen, hey Michael, hast du mal Geld für mich? Genau. Ich möchte gerne eine Wohnung kaufen. Genau. Und das sind immer so die Vorboten. Also wir sind ja da draußen, sowohl der Michael als auch Black Label, wir sind ja so ein bisschen, ich sage mal, wie so eine Buie da draußen auf dem großen Meer. Ja. Die große Bälle kommt, davon wisst ihr alle noch nicht, das ist weil ich wohne auf dem Land. Wir sind auf dem Meer, wir sind unter Wasser. Ja. Das war letztes Jahr im Sommer so. Das ging dann bis früher diesen Jahren, würde ich sagen, also neun Monate, haben wir gemerkt und jetzt ist der Tsunami weg und jetzt haben wir wieder eine etwas bessere Situation. Das spüren wir auch aktuell, selbst im Gesamtkonzern von Dr. Klein, dass die Volumina wieder insgesamt nach Vorhungen weitergehen. Es wird bestätigt, das Wachstum ist wieder da. Also ich glaube, viel tiefer konnten sie auch nicht mehr fallen. Nein. Wir waren schon ein bisschen, also du hast jetzt bisher Erfolg rein, aber ich kenne viele Kollegen, die auch heute noch sagen, also das ist schon eine harte Zeit gewesen. Natürlich, ist so. Aber letztendlich, deshalb ja mein Satz, es ist die Zeit für Mutige, jetzt gerade auch in der aktuellen Situation, sich der Marktsituation einfach mal zu stellen und man muss ja auch vielerweise sagen, man hat ja nicht sofort die passende Immobilie, man muss ja mehrere Immobilien sich einfach angucken, Marktkenntnisse erlangen, um dann festzuhalten, hey, da habe ich die schönste Immobilie, meine Traumermobil. Also großer Tipp für euch, wenn ihr jetzt auf der Suche seid, nach einem Immobilien zu kaufen, also mein Tipp ist immer, sprecht bitte erst mit einem Finanzierungsvermittler eures Vertrauens, also hier natürlich auch gerne mit dem Michael und sprecht mit ihm, kontaktiert ihn, wie erreicht man dich eigentlich am besten? Na ja, letztendlich, wir sitzen, wir haben eine relativ leichte Nummer, 0, 3, 0, die 21, 3 mal die 9, 3 mal die 8, das ist relativ leicht zu merken. Wir sitzen an mehreren Standorten, eins unmittelbar in der Nähe vom KDW, eine Minute entfernt und jederzeit gerne nach. Super, dann würde ich mal gerne ein paar Themen, auf ein paar Themen eingehen, die du uns hier im Vorfeld auch mal durchgegeben hast, beziehungsweise die auch von euch als Kunden auf uns eingeprastet sind. Wir haben es mal ein bisschen versucht zu selektieren, weil das waren so viele Fragen. Ich hoffe, wir schaffen es. Wir haben jetzt noch ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ich drücke mal ein bisschen aufs Tempo. Okay, gerne. So, fangen wir an. Was ist genau eine Restlaufgeldhypothek? Eine Restlaufgeldhypothek? Ja, ja. Das ist relativ leicht zu erklären. Es gab, vor vielen, vielen Jahren, es gab es schon mal, das heißt, der Käufer und der Verkäufer machen folgende Vereinbarungen. Sie vereinbaren Einkaufpreis X, ja, der Verkäufer, der Verkäufer braucht nicht von vornherein die kompletten Kaufpreis, sondern einen Teilkaufpreis nur. Das heißt, was passiert dann in der Form, dass nur ein Teilpreis quasi finanziert wird und der Rest stundet sozusagen, der Käufer mit dem Verkäufer, also der Verkäufer stundet den Kaufpreis teilweise und es wird nachher tierische Zahlung letztendlich damit zurückgenommen. Was ist das Ziel der ganzen Sache dann? Der Kunde kriegt einen wesentlich besseren Zinssatz, weil er natürlich besser versichert ist, einfach mal in der Form. Und der Zeitkäufer kriegt trotzdem seinen Kaufpreis, aber natürlich nicht sofort in einer Summe, sondern mit einer Teilsumme sofort und den Rest wie eine Art Rentenzahl. So, was ist ein Disagio? Na, das ist auch ein Zauberwort. Früher konnte man Disagio, heißt letztendlich nichts anderes, als dass man sagt, ich kriege den Kreditbetrag nicht zu 100% ausgezahlt. Ich kaufe mir über ein Disagio einen etwas günstigen Zinssatz. Ja, das machen wir einfach mal das Beispiel. Wir haben eine reguläre Kondition, 3,7, 200%. Dann kann ich auch, weiß ich, eine 3,4 mit der Bank vereinbaren und kriege dieses Anliegen eben nur zu 98 oder 97% ausgezahlt. Dadurch habe ich eine Option, eventuell, ich muss natürlich einen höheren Kreditbetrag beantragen, habe aber eventuell die Option, eine etwas niedrige monatliche Rate zu haben. Früher war es noch ein Raum, dass Disagio waren Währungskosten. Konnten steuerlich abgesetzt werden. Wir haben jetzt das nächste Thema Bausparverträge. Oha. Spannendes Thema, oder? Ja, was soll ich jetzt sagen? Wie viele Bausparverträge hast du? Ich habe drei. Meine Frau hat einen, ich habe einen. Ja, dann hast du drei mehr. Ein paar zurück. Ich habe einen über 10, 20, glaube ich, 30. Also ich spreche jetzt mal persönlich und nicht im Namen von Dr. Kleid. Das muss ich jetzt so deutlich einfach mal sagen. Bausparen ist natürlich grundsätzlich ein Zinssicherungsinstrument. Das ist eine Wette, die wir ein. Wir gehen die Wette ein und dann schließe ich einen Bausparvertrag ein. Wenn ich der Meinung bin, dass ich in 10, 15, 20 Jahren einen etwas höheren Zinssatz abschließen werde. 4, 5, 6, 7 Prozent. Und so. Der Nachteil ist natürlich, in der Ansparphase kriege ich nur für meine Guthabenverzinnung so 0,5 oder 1 Prozent. Oder gar nicht. Jetzt müssen wir aktuell die Marktsituation. Wir haben ja einen mega spannenden Markt, was die Zinsentwicklung betrifft. Weil wir haben ja aktuell die Situation, dass wenn wir richtig rauf gucken und sagen 10, 15, 20, 25, 30 Jahre, es gibt ja Zinsbenutzfrischen, es gibt kaum zinsgroßartige Zinsunterschiede. Weil wenn ich heute in Geldeinstand eingucke, dann sind die 10, 15, 20 Jahre Ziele fast im Einstand gleich. Das heißt, wenn ich jetzt einen Bausparvertrag abschließe, ist das ein relativ starres System. Ich liebe flexibel Finanzierung. Ich liebe es, wenn der Kunde ein Sondertätungsrecht vereinbart. Ich liebe es, wenn der Kunde einen Tätungssatzwechsel vereinbart, um in Zukunft flexibel auf seine Lebenssituation reagieren zu können. Und wenn er dann trotzdem noch eine lange Zinssicherheit haben möchte, weil er mir nicht glaubt, dass die Zinsen ja nächstes Jahr tiefer sind, dann schließen wir eben eine Zinsbindungsfrist von 20 oder 25 oder auch 30 Jahren ab. Vereinbarung mit der Bank ein Sondertätungsrecht. Er kann ja gemäß bürgerlichem Gesetzbuch sowieso nach 10 Jahren aus der Finanzierung kostenfrei aussteigen durch Einhaltung einer 6-monatigen Kündigungsfrist. Ja, und dann bin ich eher der Fan, der auf Bausparan verzichtet. So, da werde ich in nichts mehr widersprechen, weil ich glaube, du hast mathematisch rechts mit dem Bauspar. Vielleicht nochmal ein kleiner Einwurf an der Stelle. Also Bausparan ist für die Leute interessant, die wirklich Planungssicherheit wollen, die sehr, sehr langfristig denken, die ihre Mobility auch zeitgleich verkaufen wollen. Genau. Und die auch keine Anschlussfinanzierungsrisiken eingehen. Die Frage ist, wenn du heute für 4% abschließt, ob du in 10, wenn du 10 Jahre Laufzeit hast, ob du in 10 Jahren 4% Zinsen hast oder 15% oder 12% oder auch nur 1% oder 2%, das wissen wir heute nicht. Klar. Also für alle, die glauben, man hat in 10 Jahren höheren Zins als das heute, kann man überlegen, ob ein Bausparanbettrag sinnvoll ist. Für alle anderen nicht. Ja, müssen wir es erlaubt zu sagen. Ich hoffe, das war so. Korrekt. Okay, so, dann haben wir das nächste Thema. Wie kann ich Zugang zu den zinsgünstigen KfW-Darlehen erhalten? Letztendlich gibt es ja erstmal grundsätzlich diverseste KfW-Programme, die letztendlich den Erwerb, die Sanierung oder den Neubau letztendlich unterstützen. Im Grundsatz fangen wir erstmal bei allen an, die aktuell eine selbstgenutzte Immobilie kaufen möchten, gibt es ein KfW-Bruneigentum-Programm. Das ist ein Förderprogramm der KfW für eine selbstgenutzte Immobilie. Ein standardisiertes Programm mit einer 10 jährigen Zinsbindungsfluss und maximalen Laufzeiten von 35 Jahren. Das kann jeder unabhängig, ob er single, verheiratet, 5 Kinder oder 2 Kinder hat, ob er 10.000 oder 5.000 Euro verdient, und jeder kann dieses letztendlich antragen. Er muss nur diese Wohnung oder das Objekt selber nutzen, 18 Monate lang. Das ist die einzige Voraussetzung. Dann gehen wir die nächsten Schritte ein. Wenn ich ein Objektbestandsimmobil kaufe, die ich, ich sag mal, dann eventuell energetisch salieren möchte oder muss, das muss man auch, gibt es wunderbar Programme von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, wir nennen es Programm 261, wo dann in Zusammenarbeit eines Energieberaters die Energieeffizienz, die durch die Sanierung entsteht, kalkuliert werden muss. Es gibt dann zinsverbilligte Darlehen. Teilweise, ich sag mal, sind die Margen wirklich der niedrigste Zinssatz, das ist 0,2 Prozent. Da muss aber auch das Darlehen komplett in 10 Jahren zurückgeführt sein. Und wenn man so in die standard entspannte Situation einfach mal hingeht, dann sind wir bei Zinssätzen von ungefähr 1,4, 1,5 Prozent, plus der Tatsache, je nach Energieeffizienz, kommt es noch zu einem Tilgungszuschuss, was aber der Kunde nicht ausgezahlt bekommt, sondern direkt in die Finanzierung ist. Okay. Und wenn wir dann in den Neubaubereich noch einsteigen und einen klimaneutralen Bau machen, dann gibt es ein Kfee-Darlehen, entweder 100.000 oder 150.000 Euro pro Wohneinheit, wenn ich eine selber nutze oder wenn ich sogar mit Einliegawohnung, dann bis zu 300.000 Euro, wo ich dann auch als standardisiertes Programm, sind wir auch bei Zinssätzen aktuell, sind wir, glaube ich, bei 1,82 im 10-Jahres-Bereich, wenn wir quasi einen klimaneutralen Neubauverhaben und immer mehr Haushersteller gehen ja in diesen Bereich einfach mal rein, das wirst du ja selber. Auch Wissen in deinen Eigentumswohnungen, das ist heute fast schon, ich will nicht sagen, es gibt einen Käufer, der nicht darüber Energie kennen wird. Danke. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema und das wird, finde ich, auch zu vernünftigen Rahmenbedingungen gefördert. Wir müssen ja deutlich einfach mal sagen, Herr Habeck hat uns ja mal letztes Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er über Nacht mal ein Kfee-Programm gestrichen hat. Jetzt haben wir eine gewisse Kontinuität einfach mal in der Form drin und ich denke, wer dann, ich sage mal, wissen möchte, kann ich mir das leisten oder nicht? Dann ist es wirklich wichtig, mal so eine Budgetberatung zu machen, dass man sagt, was kostet mich denn ein Haus, was klimaneutral ist? Was kostet mich ein Haus, was nicht klimaneutral ist? Wie sind die Zifferenzen? Wie ist denn mehr Aufwand? Wo sind meine Einsparungen? Geht ja auch ganz wichtig, weil ich natürlich energiedisch günstiger bin. Also ich glaube, da gibt es diverseste Programme, die man wirklich in Anspruch nehmen könnte. Unabhängig davon, gibt es noch Behindertengerichten, Wohnraum, barrierefreies Wohnen, da gibt es... Du hast auch teilweise Balkonanbau, unterschiedliche... Diebstahl, Sitzgebung und so weiter und so fort. Also da können wir über viele Programme einfach mal sprechen, die der Bauherr wirklich in Anspruch nehmen. Ja, also wichtig, Beratung, Beratung, Beratung und ich finde es auch ganz interessant, also ich glaube, wir haben noch nie so viel Beratung gemacht, wie jetzt in den letzten zwölf Monaten. Ja. Mit Kunden, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es geht genauso. Also wir haben richtig viel Beratungsthema und das ist auch der Grund, warum du wahrscheinlich schon so lange dabei bist und so erfolgreich bist und warum wir auch immer relativ Immobilienabverkauf kriegen und Menschen zusammenbringen. Also das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Also mein Tipp, um es mal kurz abzukürzen zum Thema energetische Sachen, versucht lieber mehr zu bezahlen für energetisch top sanierte Immobilie, lieber eine höhere Kaufpreise. Dafür kriegst du eine deutlich bessere Finanzierung und ihr habt vor allem Sicherheit. Ihr habt Planungssicherheit, ist die Immobilie auch in 10, 30, 30 Jahren nicht ansatzweise an den Wert verliert wie vielleicht nicht sanierte Objekte. Genau. Wir haben dazu auch nochmal jetzt im nächsten Quartal bei uns bei Black Label das Gesamtthema Energie, Energiekosten, CO2-Preisentwicklung. Man kann viele Sachen jetzt schon ablesen und einer schlagen so auf dem Armen Robert Habeck rum, wo im Endeffekt setzt er nur die Dinge um, die eh schon beschlossen sind. Also ich finde es ein bisschen auch unfair an der Stelle. Bin sicherlich kein Fan, aber am Ende muss ich sagen, es ist auch unfair. Wir müssen gucken, dass wir unseren Laden im Griff kriegen und insofern ist es auch alles richtig. Deswegen ein bisschen Gas geben an der Stelle. So, ich habe eine Frage nochmal an dich und das ist jetzt hier auch nochmal aus dem Thema. Wir haben ja sehr, sehr viele Kunden, die sind einfach geschockt, wenn sie sich bei uns melden und sagen, Mensch, mit meinem Einkommen, ich kann mir ja gar nichts mehr leisten. Mieten gehen nach oben, wobei ich muss schon mal dazu sagen, tatsächlich eigentlich nur ein Neubau. Also im nicht regulierten Wohnungssegment, im anderen Wohnungssegment wird einfach gar nicht mehr vermietet. Ich kriege es ja mit. Wenn wir eine Wohnung insalieren, dann haben wir ja bei den ersten zwei Minuten 150 Anfragen, wenn die zum Milchspiegel rausgeht. Wenn sie nicht zum Milchspiegel rausgeht, also Neubau oder möblierter Altbau, dann ist die auch vermietet zum dreifachen Preis. Kann ich sagen. Was ist denn dein Tipp? Also Familie, normales Einkommen, wie würdest du einen Kunden beraten? Ich sage jetzt einfach mal, Frau ist Lehrerin, Mann ist Feuerwehrmann, ganz normales Einkommen, Mittelschicht, was sollen die jetzt machen? Wenn das letztens von einer bekannten Zeitung gefragt war, was sollen wir machen? Wo soll ich im Umland letztendlich? Ja, ich sage mal, Mann. Also wir halten erstmal fest, wo ist der Weg, der ordnungsgemäße Weg, dass ich sage, komm, ich bin bereit. Mein Opa hat mir das mal gesagt, 33 Prozent fürs Wohnen, 33 Prozent zum Leben, 33 Prozent zum Sparen. So war ja mal traditionell die Aufgabe. Nur sagen wir einfach, okay, ich gebe 33 Prozent meines monatlichen Nettoeinkommens letztendlich ein. Es gibt eine Faustfongel, dass man einfach sagt, 10.000 Euro Kredit kostet aktuell ungefähr 40 Euro im Monat, wenn ich so eine Laufzeit von 33, 34 Jahre einfach mal. Da kann jeder schon mal hochrechnen und sagen, oh, wenn ich 2.000 Euro ausgeben möchte, die beiden Lehrer, Ehepaare, dann habe ich irgendwie so ein Budget von einer halben Million. Und damit kann ich das, ich sage mal, in der Form stellen. Da kann man schon mal gucken, gehe ich in einen Bestandsimmobilienbereich in Berlin, kriegt man schon was zu umgesetzt in Teilbereichen oder gehe ich in den Neubau-Bereich und gehe ich in der Regel dann in ein Opa. Für alle, so erfahre ich das, wichtig ist die Mobilität in die Stadt hinein und wieder raus, wo ganz viele sagen, wir sind bereit, 45, 50 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arbeitsplatz zu fahren, weil sich ja auch unsere Arbeitswelt etwas verschoben hat. Wir müssen nicht mehr fünf Tage in der Woche ins Büro rein für viele, sondern viele sagen, oh, es reicht auch zwei oder drei Tage. Deshalb ist das schon mal so interessant, auch hier und da mal in das Umland einfach mal reinzukommen, wenn ich einen guten Verkehrsanschluss habe. Also heißt, wo ist die Alternative? Mieten für eine Familie mit zwei, drei Kindern, wenn sie nicht schon Wohnraum haben, aktuell den Wohnraum, wird, glaube ich, richtig kompliziert, gerade wenn ich die aktuellen Mietpreise gerade im Neubau-Sektor befinde und dann gibt es eine vernünftige Planung, einfach mal brauche ich bei einem Neubau-Fahren wirklich 150 Quadratmeter, reichen mir nicht auf 125. Geht es ins Doppelhaus, ja, wissen wir alle, ein Familienhaus ist teurer als ein Doppelhaus, kann die Doppelhaushälfte meiner Alternative letztendlich sein mit 350 Quadratmeter Grundstück und 130 Quadratmeter Wohnfläche und da muss in Ruhe drüber besprochen werden und sagen, wo ist denn die, wo ist denn das Budget, was sie ausgehen können und dann raus an den Immobilienmarkt gucken, gucken, gucken. Super. Ja, also wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr kontaktiert den Michael oder uns hier, also mein Radstag ist genau der gleiche, den du auch gegeben hast. Es ist so, wir haben zwei Sachen verlernen, das eine ist sparen. Du sprachst gerade das dritte Drittel an, wer spart heute noch und das zweite ist das Thema Verzicht. Also ich glaube, das sind einfach Dinge, die wir jetzt wieder lernen müssen, haben unsere Eltern und Großeltern auch alle gemacht. Ja, na klar. Da sind wir leider auch einfach mal fällig, wir hatten jetzt die letzten zehn Jahre ein bisschen Glück, das ändert sich gerade wieder, aber wir kommen eigentlich wieder in die Normalität. Genau. Also das ist so, dann haben wir jetzt hier wieder ganz, ganz viele Themen. Ich versuche mal, das ein bisschen zu strukturieren. Lohnt sich der Kauf auf einer Wohnung als Kapitalanlage. Das ist eine sehr offene Frage. Wir haben ja gerade viel über Eignisse gesprochen. Vielleicht reden wir noch mal ganz kurz über Kapitalanleger. Wie siehst du das derzeit? Ja, letztendlich erstmal unterscheiden wir mal Neubau bis Stadtzentrum. Wenn wir heute einfach sagen, ich gehe in den Neubaubereich, wenn wir in diesen letzten Tagen unsere Bauministerin gehört haben, die plant, für den Neubau einer Höheabschreibung den Kapitalanleger zur Verfügung kriegen. Ich glaube, es waren 4x7 und 4x5, also ungefähr so 48 Prozent in den ersten acht Jahren, die Steuern nicht absetzbar sind. Dann ist das ein mega spannendes Thema für Kapitalanleger. Ich kann mich jetzt kurz unterbrechen. Das geht aber nur bis zum Quadratmeterpreis von 4,7 oder 4,8 auf dem Meter. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das wird auf der Ebene nachgelesen für heute. Aber es ist trotzdem viel. Genau. Und die Bebauträger baut preiswerte. Ich würde jetzt sagen, wird es schwierig. Also ich dachte mal salopp alle runter 4.800 Euro den Quadratmeter inklusive Grundstück. Das war meine erste Frage. Ist es der Baupreis, aber das Grundstück, auf die trifft das zu. Okay. Wenn energetisch, ich glaube, K440 mit drin ist. Genau. Aber trotzdem ist es ein Interesse, steuerliches. Wenn wir das schaffen, preiswert zu bauen, top. Bin ich einer der größten Fett. Berlin Neubau, wissen wir, erlebe ich jedenfalls selber, dass teilweise im Neubaubereich die Minenpreise jenseits 20 Euro auf den Quadratmeter gehen. Also so ist es mit meiner Erfahrung. Bei 2 über 20. Danke. Von daher ist das auch ein interessantes Thema, wenn logischerweise einst die lange Lage letztendlich einfach mal machen. Problem ist unter in Berlin für unter 5.000 Euro im Neubau KfW 40 kein Schatzkrieg, keine Kredite. Genau. Aber es gibt ja auch spannende Lage außerhalb von Berlin, die ich verkehrstechnisch vernünftig angeboten habe. Warum soll man nicht da? Was dem Berliner Markt im Bestandsimmobilienbereich ist, sind, finde ich, auch aktuell spannende Preise, weil das, was du eher mehr erlebt hast, die Preise sind ein bisschen stärker nach unten zurückgegangen für den vermieteten Bereich. Und wenn man eine gute Perspektive einfach mal in der Immobilie findet, entweder über eine vernünfte Entwicklung der Miete oder aber auch eine Perspektive findet, weil man sagt, vielleicht wird die Wohnung in 6, 7, 8 Jahren aus welchen Gründen auch frei, ist das ein sensationell gutes Investment. Und du hast das Thema energetische Sanierung. Ja, klar. Das ist bei 136 Milliarden Euro die Energiewende in Deutschland. Genau. Großteil davon, ich sage mal salopp, 25 Prozent landen im Gebäudesektor, weil wir ja auch für einen Großteil der, ich sage es mal vorsichtig, CO2-Beschmutzung zuständig sind. Das heißt also, 25 von 236 Milliarden Euro, da bleibt ein bisschen was übrig. Und das geht in den Gebäudesektor. Und davon könnt ihr als Kapitalerleger profitieren, denn auch selbst für eine Mehrfamilien auskaufen, was man energetisch sanieren muss. Ja. Onkel Michael fragen, money, 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 wo bleibt die Knete für KfW und was kann ich alles tun und die Mieter sind ja auch happy, weil die Spanier extrem an den Energiekosten. Genau. Also das ist eine Win-Win für beide Parteien. Richtig. Ja, Arbeit. Das heißt Arbeit und Fleiß und jetzt geht es darum, du hast es ja schon gesagt, die Mutigen. Ich glaube, es war jetzt noch nie so gut, wie es in Kapitalerleger zu tätigen, weil die Mieten sind gestiegen, die Preise sind gefallen und die Finanzierungsbedingungen ändern sich gerade zu euren Gunsten. Also es gibt immer so, wie soll ich das sagen, so Zeithorizonte und ich habe den Eindruck, wir haben jetzt 18 Monate Krise, im Neubau ungefähr, im Altenbau vielleicht 12, 13 Monate und das Zeilfenster, du sagst, in 12 Monaten ist das geschlossen oder in 18 Monaten schließt sich das langsam. In der Zeit sollte man kaufen, weil dann die Zinsen wieder fallen und wenn die Zinsen fallen, wissen wir alle, was mit den Preisen passiert, sie gehen nach oben. Das ist mein Tipp auch. Ob es jetzt die 12 oder 18 Monate sind, weiß ich nicht. Ich weiß aber, bei so einer Marktveränderung dauert das immer so ungefähr zwei Jahre, bis sich alle so ein bisschen wieder eingepadelt haben und wir haben jetzt 18 Monate sind rum. Also ich glaube, es geht sogar ein bisschen schneller. Ich glaube, wir sind in sechs Monaten in der Situation, wo wir wieder eine höhere, Anzahl von Transaktionen sehen. Unabhängig vom Zinssatz. Es gab nie einen feinen Fall nach unten, sondern irgendwo ist es gebremst. Ich glaube, den Tiefpunkt haben wir erreicht und ich spüre das jedenfalls in den letzten sechs, acht Wochen, die wirkliche Nachfrage sind. Du arbeitest ja mit ganz vielen Konkurrenten von uns zusammen, insofern musst du es ja wissen. Ich nenne das nicht mit Konkurrenten, sondern Marktteilnehmer. Das sind alles nur Marktteilnehmer. Danke dir. Also er arbeitet natürlich für ganz viele Mobilmakler. Das heißt, dass er sich nicht backlabel gebrandet ist, sondern er arbeitet für ganz viele große Maklerhäuser. Das ist aber auch wichtig für euch als Käufer und Verkäufer, dass ihr auch eine Ruhetransparenz habt, denn das ist nicht personenabhängig, sondern es geht wirklich um die Anzahl von Transaktionen, die dann auch zu Erkenntnis führen. Super. Dann machen wir mal weiter. Wir haben auch hier, du hattest das ja schon gesagt, welche Höhe an Finanzierung in Prozent des Kaufpreises ist derzeit möglich? Du sprachst eingangs von so ein paar Sondergeschichten, aber ansonsten nochmal das Thema Beleihungswert ist hier, glaube ich, angesprochen. Klar. Also letztendlich machen wir einfach ein großes Thema Beleihungswert. Ist natürlich aus der schönsten Villa, macht die Bank ein kleines Gartenhaus. Das wissen wir alle aus der Tradition einfach mal aus. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich, wir haben das relativ leicht für uns, weil wir alle Bewertungsportale von allen Großbanken auf dem Rechner haben. Das heißt, wenn wir wissen, irgendjemand in der DKB arbeitet, ein Bewertungsportal von Sprengnetter, wir können da rein und ermitteln, den Wert, können danach sofort relativ sicher feststellen zu denen und denen Rahmenbedingungen wird der Kunde finanziert, aber auch nach wie vor und ich sende das jetzt auch mal raus, bei guter Bonität spricht überhaupt nichts dagegen, eine 100% Finanzierung des Kaufpreises zu machen. Dann muss der Kunde nur letztendlich akzeptieren ein bisschen, dass er leicht für die Konditionen angeboten bekommt. Kann sich ja dann je nach Objekt auch wirklich lohnen. Aber auch hier wiederum wichtig, wir haben das auch heute mal im Vorfeld zu der Sendung besprochen, dass es umso wichtiger ist, bevor der Kunde wirklich auf den Markt geht und sich ein Mobil sucht, erst mal ein Gespräch bei dir sucht, was kann ich mir leisten und dann auf das Objekt den Belastungswert sich ausrechnen lassen. Und gute Makler sind in der Regel schon vorher mit dir im Kontakt, lassen sich den Belastungswert ausrechnen und machen dann das Pricing. So, auch übrigens für Verkäufer ganz wichtig, so einen Belastungswert ausrechnen lassen ist immer spannend. Was bringt mir das, wenn der Makler mir irgendwelche Fantasiepreise verspricht? Das ist ja die alte Geschichte, die kennen wir. Der Makler ist ein Verkäufer, er geht zum Einkäufer und verspricht die Immunpreise und hofft, sein Mandat zu gewinnen. Ganz alter Trick. Funktioniert fast immer noch. Heute, leider, muss ich das so sagen, ist die Psychologie. Fragt auch einfach mal, wenn ihr das Gefühl habt, der Makler verspricht euch hier einen besonders frohen Kaufweis, den er auf dem Markt generieren kann. Wie ist denn eigentlich der Belastungswert meiner Immobilie? Weil alle guten Makler haben Software, so wie du auch. Wir wissen, was die Banken denken, zumindest ungefähr. Im Zweifel rufen wir auch und Michael an und dann wisst ihr ungefähr, was die Bank denkt. Die Differenz zwischen dem Belastungswert, also das, was die Bank denkt und das, was ihr glaubt, was eurer Immobilie wert ist, muss der Käufer in Eigenkapital bringen. So, Eigenkapital ist momentan heilig, es ist teuer, weil sich nun mal der Markt verändert hat und es gibt derzeit dann immer noch relativ viele Objekte, die sich der Käufer dann auch angucken kann, die vielleicht in Ihrem Belastungsfeld. Was ich aber auch dazusagen muss, an deiner Stelle, Belastungswert ist nicht immer fair. Nein. Also was ich dabei sehe, ist erschreckend. Ja. Umgekehrt finde ich, Sachen sind zu hoch bewertet, andere sind zu niedrig. Ja. Das ist eine ganz... Ja. Aber auch den nächsten Schritt gleich, wenn wir das Gefühl haben, dass eine zu hohe Differenz ist aktuell, wo wir dann, das ist nicht richtig, was das Thema ist. Machen wir in der Regel mit den Banken ein Consulting-Gutachten, das heißt, innerhalb von 72 Stunden reichen wir die Objekte und dann landen bei einer Bank ein. Und kriegen innerhalb von 72, 96 Stunden maximal ein Consulting-Gutachten zur Verfügung gestellt, wo wir dann nochmal dieses Gutachten, was aus dem System rausgegeben, nochmal plausibilisieren lassen. Und dann nehmen wir dieses Consulting-Gutachten in der Regel als Basis einer Immobilienfinanzierung. So, dann haben wir noch ein paar Fragen zur KfW. Das würde ich jetzt aber mal so ein bisschen skippen, weil das ist so komplex. Und da müsst ihr wirklich eine Einzelanfrage stellen. Welches KfW-Programm wollt ihr haben? Eigengenutzt, bremdgenutzter Wohnraum, braucht ihr ein Balkon, ist das mit der gerechten Zugang, ist der Energiesparhaus und, und, und. Also bitte kontaktiert den Michael direkt. So, dann habe ich eine Frage nochmal, wie sieht es in Zukunft mit Förderung durch die KfW aus? Du sprachst ja von unserer kleinen, von unserem kleinen Trauma letztes Jahr im Januar, hast du mal so im Nebensatz erwähnt. Auf einmal war das KfW-Geld alle. Ja. Ganz überraschend wusste keiner, dass er immer auf Ende ist. So, zwei Personen, Alinda und Herr Habeck. Auf einmal war die Knete weg. Ja, genau so. Wie sieht denn jetzt die Zukunft aus? Gibt es da schon so ein bisschen Vorkast? Also, berichterweise, also jetzt machen wir, wir unterscheiden ja einmal A, die Förderung durch den Staat. Wir unterscheiden B, aber auch durch die Förderung durch die Bundesländer. Das müssen wir erstmal feststellen. Ja, jetzt lobe ich mal, dass das Land Brandenburg, die im letzten Jahr schon auf die aktuelle Situation reagiert haben und für gewisse Personenkreise wirklich eine brillante Wohnungsbauförderung zur Verfügung stellen kann. Es ist ein bisschen schwerer zu bekommen, aber es ist ein vernünfter Weg. Wir haben inständig den Wunsch in Berlin, was die Investitionsbank Berlin betrifft, dass es auch mal zu einer Wohnungsbauförderung wiederkommen kann, weil wir erinnern uns aus den 19 Jahren. Es wurde ja eine ganze Zeit lang der komplette Wohnungsneubau in dieser Stadt gefördert. Sonderabschreibung, Baudarneen, Eigenkapitalersatzdarlehen, Fördererkennungsdarlehen, es gab alles. Das hat das Land Berlin komplett eingestellt. Wir hoffen inständig, dass da was kommt. So, damit haben wir die Länder erstmal redet von der KfW-Seite. Darf ich ganz kurz an der Stelle fragen? Also in Brandenburg, vielleicht sagst du mal ganz kurz den Zinssatz. Ich glaube, das ist für... Also es gibt für gerade Familien mit, ich sage mal, mehr als einem Kind, gibt es aktuell Baudarlehen. Wenn ich in die Rahmenbedingungen einfach mal reinpasse, 240.000 Euro Baudarneen zum Zinssatz von 0%. Ja, ein halbes Prozent Verwaltungskostenpauschale plus 3% Tilgungsleistung heißt, diese Darlehen von 240.000 Euro kostet mich rund 7, 800 Euro monatlich erartet. Wenn, und jetzt kommt es ganz wichtig, dieses Bauprojekt in einer Fördergebietskulisse ist und die Fördergebietskulisse kann ich jetzt selber mehr rausfiltern über die Seite Investitionsbank des Landes Brandenburg oder kurzer Anruf bei uns, dann haben wir das in zwei Minuten auch rausgefiltert. Also, wenn ihr in Brandenburg kaufen wollt, bitte fragt den Bonke Michael. Etwas vertiefte Auskunft über optimale Modelle der Bausparverträge als Auffangmittel gegen steigende Zinsen. Ihr habt ja, glaube ich, gerade schon so ein bisschen mitbekommen. Es gibt hier unterschiedliche Meinungen an dem kleinen runden Tisch. Mathematisch gesehen ist der Bausparvertrag Schwachsinn, weil das Geld, was du dort im Bausparvertrag einzahlst, sorry, wenn ich jetzt mal so hart sage, ich muss keine Finanzierung verkaufen, ich darf es als Makler sagen. Das Geld hat keine Verzinsung und wenn du das gleiche Geld in ETF packst oder woanders, hast du eine ganz andere Verzinsung. Also mathematisch macht ein Bausparer keinen Sinn. Bausparer ist einfach nur eine Versicherung gegen steigende Zinsen und ihr könnt das auch als Zierungsersatzprodukt nehmen. Ich haue jetzt mal so ein paar Wörter raus, wenn ihr das nicht versteht, bitte eine Frage in den Chat stellen, wir würden da nochmal drauf eingehen. Ja, und das ist die vertiefte Auskunft über optimale Modelle des Bausparvertrages, das Auffangmittel gegen steigende Zinsen. Ja, wir sind jetzt mit den Zinsen bei vier. Du sagst, die Zinsen gehen runter, ich sage, die Zinsen bleiben so oder könnte vielleicht sogar noch mit Schlapps nach oben gehen. Ja, wenn du in Darlehen abschließt, bist du in der Regel bei fünf Jahren, zehn Jahren, zwanzig Jahren. Naja, letztendlich ist es ja aktuell so, jetzt machen wir mal die Tendenz, gerade fünf Jahre ist teurer als zehn. Wir haben eine fünf-Jährige Zins benutzt, was die aktuell teurer ist, als eine zehn-Jährige Zins benutzt. Das hatten wir glaube ich noch nie. Also ganz selten einfach mal, wenn überhaupt. In den letzten 25 Jahren eigentlich schlecht ist es eigentlich, es war in den 70er Jahren, ich habe mal reingeguckt, in den 70er Jahren gab es das mal, das war beim großen Mittelpreisschock. Genau. Das heißt, die kurzfristigen sind dann teurer als die zehn und teurer als die 15 und teurer auch als die 20 Jahre. Also habt ihr das verstanden? Also wenn ihr jetzt auf 20 Jahre Darlehen abliebst, ist es günstiger, das sind nur fünf Jahre. Ich will das einfach nochmal für die jetzt nicht so wie wir jeden Tag damit sich rumprügeln. Entschuldigung. Ja, einfach nochmal wichtig. Das bedeutet also, wenn ihr jetzt einen Darlehenvertrag abschließt, über zehn, fünf, zehn, zwanzig Jahre, wir brauchen einen Bausparvertrag. Genau. Das ist das, was du sagst. Das ist letztendlich und ich bin eben wirklich eine, also letztendlich haben wir das ja auch, weil wir unsere Kunden nicht nur, wir stellen ja nicht nur Anträge und Verträge ein, wir regeln das auch alles miteinander ab. Und die Kunden kommen ja nach drei, fünf, sieben Jahren immer noch mit ein paar Fragen auf mich zu, wie geht eine Sondertehebe oder so und so auf mein Team. Und da erleben wir etwas natürlich, weil jetzt passiert ja von der Psychologie etwas. Erstmal hat sich der Kunde ja eine monatliche Rate gesetzt, die muss er ja in den ersten zwei Jahren erstmal verdauen und stellt plötzlich fest, ob seine Kalkulation, die er im Vorfeld gemacht hat, auch letztendlich passiert oder nicht. Jetzt stellen von zehn Kunden, sagen wir neun nach drei Jahren, man habe ich mir viel zu viele Gedanken gemacht, das ist ja alles ganz leicht und easy ist auch mein spannendes Thema, schön. Und dann kommen die Kunden und sagen, Mensch Herr Keller, jetzt habe ich mal nachkalkuliert, ich kann jetzt tendenziell vielleicht mir eine höhere Tilgungsleistung leisten. Oder Sondertilgung. Oder Sondertilgung. Und dann unterhalten wir uns natürlich und wir finden eine optimale Finanzierung immer, dass wir sagen, liebe Kunden, macht eine angenehme monatliche Rate, es spricht überhaupt nichts dagegen, auch den Tilgungssatz bei 1 oder 1,5 Prozent festzulegen. Man folgendes dann vereinbart mit der Band eine Sondertilgung, dass sie jedes Jahr das Geld zusätzlich reinpacken kann, gerne auch nach zwei, drei Jahren Tilgungssatzwechsel vereinbart. Und dann habe ich eine sehr flexible Finanzierung, die ich in den kommenden 10, 15, 20, 25 Jahren jederzeit auch anpassen kann. Und ganz wichtig, habe ich eine längere Zinsbindungsfrist als zehn Jahre, bürgerliche Gesetzbuch. Ich kann kostenfrei zehn Jahre nach Komplettauszahlung durch Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist aus der Finanzierung aussteigen. Ja, ich glaube damit ist das Ding beantwortet. Also ich kann ich da nur voll unterstützen, ich sehe es genauso. Mein Tipp ist immer möglichst niedrige monatliche Raten und Sondertilgung zu vereinbaren und immer zu gucken, wie ist das Jahr gelaufen. Das plane ich im nächsten Jahr. Kloppwechselverkauf, Umzug, Krankheit, irgendwas kann immer leider passieren und versucht, möglichst flexibel zu sein. Wenn das geht, wenn ihr einen guten Berater habt, der euch das wirklich ermöglicht mit den Banken. und noch den Hinweis gleich im Vorfeld dazu, wir haben natürlich auch die Option zum Anfang mal für ein, zwei Jahre die Tilgung auszusetzen. Das ist ja überhaupt gar kein Thema. Ja, erzieht sich nur noch Brotterschutz. Ja, natürlich freuen sich die Banken, aber es kann ja auch solche Themen in Familienplanung einfach sein. Hey, dann setzen wir mal bis zum 31. 7. 25. Tilgung aus und dann starten wir. Alles ist machbar. Jetzt habe ich eine spannende Frage einer Kundin. Sollte ich bedingt durch gegebenenfalls staatliche Zuschüsse die Zinslage und die Entwicklung der Baupreise schon 2021 mit dem Baubeginn oder gibt es voraussichtlich in 2024 bessere Bedingungen? Spannendes Thema. Es ist ein Blick natürlich in den Glaskurbel. Du hast ja gesagt die Zinsen fallen. Ich sage die Zinsen fallen. Jetzt kommt das nächste Thema. Es gibt ja ein paar Haushersteller, die aktuell die Preise immens nach oben gesetzt haben. Die Baukosten sind gestiegen. Das muss man auch. Man muss alles mein Gegenüber letztendlich rechnen. Dann ist die Frage, wenn die Zinsen fallen, wo gehen die Grundstückspreise hin? Wir kaufen ja aktuell, haben wir ja gerade im Neubaubereich die Option, glaube ich hier und da mal 10, 15, 20 Prozent unter dem Bodenrichtwert ein Grundstück erwärmen zu können. Wir verkaufen nichts mehr und mit Bodenricht jetzt alles tiefer. Hochinteressant, wie es aktuell ist. So gehen die Zinsen wieder nach unten. Was passiert dann? Dann gehen die Preise wieder nach oben. Also deshalb und sage ich, gucken, 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 sich dem Mahnensituation stellen. Wir haben eine Erhebung, dass man in der Regel 42 Besichtigungen macht, ehe man die geeignete Immobilie findet. So ist unsere Erhebung. Also das ist schon, ich weiß nicht, wie das bei euch. Also wir sind Top-Markter, wir haben nicht so viel. Also wir sind hier beim Top-Markter, nur den Hinweis dazu einfach mal. Ich habe sogar eine macht null Besichtigungen, verkauft am Telefon. Und von daher würde ich einfach mal sagen, wenn die Zielsetzung ist, ich möchte in den kommenden 24 Monaten eine Immobilie aber am Ende starten sie heute. Also ich sehe es genauso. Was du dir heute, was du heute kannst besorgen, überschiebe ich auch morgen. Du hast ganz viele Dinge, die nächstes Jahr noch passieren können. Hat Onkel Michael recht, die Zinsen gehen runter, steigen die Preise. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Na, hast du Unrecht und ich glaube, die Zinsen fallen nicht. Werden die Preise so wie sie jetzt sind, bleiben. Das aber, ihr habt nächstes Jahr keinen großen Vorteil. Ganz im Gegenteil, nutzt bitte jetzt die Situation, wo die Bodenrichtpreise am Fallen sind. Also ihr könnt Unterbodenrichtpferd einkaufen. Ihr habt jetzt niedrigere Beleidungswerte als vor zwei Jahren. Die Banken haben wirklich auch hart abgestraft, das muss ich auch mal sagen. Und nutzt es jetzt, die Markt, wenn ihr Käufer seid. Aus Verkäufer-Sicht, vielleicht noch mal eine Frage. Wenn ich Verkäufer bin, sage ich mir, super, warte ich bis nächstes Jahr. Ich verkaufe jetzt nächstes Jahr. Auch dort ist die große Frage, was sind die Vor- und Nachteile, wenn ich als Verkäufer sage, ich stelle meine Verkaufsaktivitäten jetzt für ein Jahr ein, weil ich glaube, lieber dem Herrn Michael Keller als dem Achim Ammann. Wie siehst du das? Was würdest du dem Verkäufer heute empfehlen? Ganz, ganz schönes Thema, weil natürlich, wenn er keine Not hat, wenn er keine Not hat, also er sich nicht beruflich verändert, das sind die Hauptdinge, warum die Menschen aktuell verkaufen, ist eine wirtschaftliche Not, in der Regel Trennung, das ist ein ganz wichtiger Faktor, einfach mal berufliche Veränderung. Das sind ja alles drei Ereignisse, die in der Regel nicht dazu führen kann, dass ich noch 18 Monate warten kann. Wenn ich jetzt aus finanziellen Gründen einfach mal sage, ich habe jetzt 20 Jahre meine Immobilie, ich würde jetzt gerne Liquidität, ich möchte mein Leben genießen, ich möchte die Steine liquidieren und weiß ich, die Welt eher noch mal anschauen und ich ein Zeltfenster von zwei Jahren haben, bin ich ganz offen und da würde ich eher noch mal eine Empfehlung aussprechen, da würdest du gleich widersprechen, mal sechs, zwölf Monate zu haben. Muss ich aufmachen, weil ich davon überzeugt bin. Das ist dein Job, also wir sind ja hier nicht dafür da, dass alle sagen, alles super, sondern wir reden ja die Wahrheit. Das ist ein gutes Thema, ich habe einen ähnlichen Ansatz, ich sage bei den Verkäufern immer, warum verkaufst du, was ist der Grund, wenn du verkaufst, weil du vielleicht eine andere Immobilie kaufen kannst, die jetzt besonders günstig ist, du dafür dieses Geld benötigst, kombiniert mit der Situation, dass du diese Immobilie schon viele Jahre besitzt und ich glaube, wir beide wissen, wie die Preise von vor zehn Jahren oder 15 Jahren waren, ihr habt alle euer Geld verdoppelt oder vereinfacht, euer Wert. Und dann, wenn ich jetzt 10, 20 Prozent unter dem Wert von 21 verkaufe, ich aber 100 Prozent Marge habe, habe ich 80 oder 85, also du musst dir den Einzelfall angucken. Genau. Ein großer Hinweis, Gier Frist Hirn ist immer der Leitspruch für meinen Partner von Andreas, also man muss auch, ich sage mal, die Kirche im Dorf lassen und gucken, was habe ich eigentlich für Gewinn gemacht und das ist ein ganz wichtiges Thema, also aktuell sind wir in der Situation, wo der Verkäufer Rabatte geben muss, um den Verkauf zu realisieren. Wenn ihr ihm glaubt, könnte es nächstes Jahr besser werden, es kann, wenn es weniger Rabatte geben muss. Es gibt aber zwei Dinge, die wir hier einfach nochmal mit einwerfen müssen. Das eine ist, wofür brauchst du das Geld? Aus Altersgründen, Scheidung, Trennung, Gesundheit, ich will eine Weltreise machen, Neubau, ich will meinen Kindern Geld geben, weil sie ein Haus kaufen, ich habe eine Immobilie, die ich kaufen will, ich will das Land verlassen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe und ein ganz wichtiges Thema, häufig gucken ja Menschen immer so wie so eine, ich weiß nicht, wie so ein Tier vor der Schlange, da gibt es doch einen Spruch, ich glaube, die Maus vor der Schlange oder so. und du guckst halt immer nur die Schlange an, aber du guckst dir nichts anderes mehr an und ich finde, es ist immer ganz wichtig, das muss man holistisch betrachten, also die anderen Themen, wo will ich in meinem Leben hin, was ist meine Zukunft, was sind meine Intentionen und häufig ist es so, selbst wenn ich jetzt Verlust mache, habe ich aber trotzdem mal einen Cut gemacht und kann mit diesem Cut, mit der Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit einer Bank oder mit einer Immobilie ein neues Leben starten, etwas Neues machen und da gibt es viele neue Möglichkeiten, die die Menschen heute nicht sehen und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, aber ich gebe dir recht, also ich glaube auch, dass die Preise mittelfristig steigen werden, ob es nächstes Jahr ist oder in zwei oder drei Jahren, wir wissen es nicht, wir warten. So, dann haben wir eine nächste Frage, würden sie, jetzt haben wir schon, so viele Bausparverträge, das ist ja Wahnsinn, alle wollen sie Bausparverträge haben, ja. So, dann hast du das glaube ich auch schon beantwortet, ich gehe nochmal ganz kurz auf die nächste Frage ein. So, Eigenkapital, das haben wir heute noch gar nicht so ein bisschen angesprochen, wir waren zwar beim Thema Beladungswert, aber noch nicht beim Eigenkapital, willst du die Frage beantworten, mich interessiert insbesondere die Frage, welches Eigenkapital ich mitbringen sollte und welche Kriterien angelegt werden bezüglich der Höhe eines Kredites? naja, das, da schickt man ja jede Zeitung auf und liest im Internet, 20 Prozent an Eigenkapital wäre toll. Punkt, es gibt ja so eine konservative Regel, ich würde es gerne andersrum mal drehen, ich würde, losgelöst jetzt mal vom Eigenkapital, vorhin sagen, wenn sich die Familie oder der Kunde, der er gar nicht möchte, felsenfest davon überzeugt ist, dass er diese monatliche Rate auch sich leisten kann und perspektivisch leisten möchte, dann bin ich, ich sage mal, dann ist jetzt der Zeitpunkt da, um auch die Immobilie zu kaufen, losgelöst von dem Eigenkapital. Natürlich ist es immer am besten, umso mehr ich an Eigenkapital besitze, umso leichter wird natürlich die Immobilien finanzieren, umso günstiger wird die ZZ. Aber, ja, jetzt machen wir einfach mal das Beispiel, jetzt hat der Kunde nur 10 Prozent an Eigenkapital, deshalb warte ich ja nicht zwei Jahre lang, um weitere 10 Prozent meines Eigenkapitals, ich sage mal, noch zusätzlich zu ersparen, weil wenn ich dann die 20 Prozent habe und meine Theorie aufgeht, zahlt er in zwei Jahren ja wieder einen höheren Preis. Deshalb sage ich immer der, der sich wirklich aktuell für diesen Kauf einer Immobilie interessiert, egal welches Eigenkapital aktuell jetzt vorhanden ist, zumindestens die Erwerbsnebenkosten sollten man aus Eigenkapital stellen sollen, dann bitte, bitte, bitte sich wirklich beraten lassen und ganz klar von der Sache ja, dieses Budget wirklich ausfiltern und sagen, wenn ich dann die geeignete Immobilie gefunden habe im Rahmen meines Budgets mit dem Eigenkapital, bitte kaufen Sie dann jetzt. Ja, kann ich, also ich hoffe, ihr habt es verstanden, wenn nicht, die Kammer dazu fragen, im Chat, ist da irgendwas, gut, also ich glaube, das ist relativ straight, so du gesagt hast, ich glaube, das versteht jeder. Ich habe jetzt hier noch eine Frage, die ich gerne beantworten möchte, du kannst mich dann bitte korrigieren, wenn ich da was vergessen habe. Wer ist beim Verkauf einer Immobilie an einen Ausländer für die Prüfung nach dem Geldwäschegesetz verantwortlich? Der Notar, der Makler, falls eingeschaltet, die finanzierende Bank des Käufers oder ich als verkaufende Privatperson? Die Antwort ist relativ simpel, das sind eigentlich alle verantwortlich, also gehen wir mal davon aus, ihr habt einen Makler eingeschaltet, ist es unser Job als Immobilienmakler, KYC, also die Geldwäsche prüfen, da zu machen, das heißt, woher kommt das Geld? Da sind wir verpflichtet für, da unterliegen wir auch ganz harten Kontrollen, das wird auch jedes Jahr härter, habe ich den Eindruck. Ich glaube, über den Notar muss ich nicht sprechen, das ist selbstverständlich, der Notar macht das auch, der ist selber dafür verantwortlich, dass er das macht, der Makler muss das selbstständig machen und die finanzielle Bank sowieso, also alle drei müssen es checken. Ja und als verkaufende Privatperson ist eigentlich eine gute Frage, müssen das Privatperson oder ich auch machen? Wenn ich, der hat Verkäufer oder der? Der Verkäufer? Nein, der Verkäufer muss das, ne? Gut, also wenn ihr keinen Makler eingeschaltet habt, checkt das sozusagen der Mentar oder die Bank des Käufers. Kritisch wird es, wenn der Käufer keine Bank einschaltet und ich sage mal, es gibt so ein paar Länder auf der roten Liste, der Name, den ich jetzt nicht nennen möchte, die kann man sich so ein bisschen auch denken, sieht man dann im einen oder anderen Film, wenn da irgendwie Geld herkommt und auch wenn ihr merkt, also als Privatverkäufer, dass der Käufer, der kauft, nicht derjenige ist, der mit mir besichtigt hat, dann solltet ihr schon mal ein bisschen vorsichtig werden und also bitte im Zweifel dann auch mal mit eurem Notar und Anwalt sprechen, ihm das mitteilen, wenn ihr das um Notar geht und auch das Geld euch nachweisen lassen auf einem Kontoauszug, auch auf einem Kontoauszug, der kann man übrigens auch fälschen, also es gibt Riesenthemen, also mein Tipp ist, immer sprecht mit dem Notar, wenn der Käufer nicht finanziert, große Frage, ich habe vielleicht noch zwei Fragen an dich zum Thema, habe ich was vergessen zu dem Ding? Ja, das ist gut, klar. Wenn ihr nur Fragen habt, bitte. Also letztendlich von unserer Seite aus ein mega wichtiges anderes Thema, weil wir müssen wirklich explizit nachweisen, wo kommt das Eigenkapital her für alle Wände, das Geld aus dem Ausland. Also übrigens mittlerweile nicht mehr im Ausland, ich muss immer nachweisen. Also wenn ich sage, ein deutsches erste Paar eine Haus kauft oder eine Wohnung kauft, selbst da muss ich fragen, wo kommt das Geld her, kannst du mir bitte dein Eigenkapital nachweisen, das ist richtig, richtig streng und wir werden dabei so angefangen von unseren Käufern, weil die natürlich sagen, das geht euch doch gar nichts an, ich muss das verkaufen, Ende. Also ich würde sagen, ich muss das wahrscheinlich auch machen, also wir sind dazu verpflichtet per Gesetz. Wir machen es nicht, weil wir da Langeweile haben oder weil wir irgendwelche Informationen irgendwie verwenden wollen, wir müssen es machen. Okay, jetzt habe ich eigentlich zwei Fragen noch an dich zum Thema Ausland, wo wir gerade auch dabei sind. Früher war es relativ einfach, also erstmal vielleicht für euch als Zuschauer, jeder kann eine deutsche Immobilie kaufen, aber nicht jeder kann ein Bankkonto aufmachen und nicht jeder kriegt eine Finanzierung bei einer deutschen Bank oder einem deutschen Darlehensgeber. Wie siehst du denn aktuell den Markt für Steuerausländer, die eine deutsche Immobilie kaufen wollen? Ich sage mal, mega, mega schwierig angeboren, das wissen wir alle miteinander, es sinkt einer bekannten Persönlichkeit, dieser Weg ist kein Leichter, dieser Weg ist steinig und schwer, aber es gibt natürlich nach wie vor Bankpartner, also wir machen mal die wichtigen Themen, ja, erster Thema, wo 80% der Banken schon wegfallen, wenn der Kunde nicht Deutsch sprechen kann, weil wir haben jetzt ungefähr noch 20% der Bankpartner, die bereit sind, mit einem Dolmetscher diesen Kreditvertrag, auch der dann übersetzt, dass das in der Form auch akzeptieren wird, da haben wir noch 20%. Also da haben wir schon mal die erste große Würde, die wir aktuell übersprechen müssen und wir kämpfen gerade wirklich mit den Banken, dass sie sich weiter zu diesem Thema öffnen, Banken öffnen, weißt du selber, ist nicht ganz leicht, dann hatte ich deinen Job an der Stelle, ja, aber, aber letztendlich gibt es diese Partner, letztendlich Bankpartner noch, die das letztendlich begleiten. Großes Thema weiter ist natürlich dann, wie prüfen wir die Einkommenssituation, du weißt selber, wir haben noch einen Bankpartner, den kennst du ja auch, glaube ich, ganz gut, die VZN Bank, die, ich sage mal, in diesem Bereich, glaube ich, das relativ gut aufgestellt sind, die dann ungefähr 60, 70% des Beleihungswertes mitfinanzieren, sodass dann der Kunde mit einem relativ früheren Eigenkapital trotzdem noch hier in Deutschland eine Finanzierung letztendlich bekommt. In der Stelle noch mal einen Einwurf, also du hast gerade gesagt, Belahungswert, also für alle, die das jetzt nicht so wie wir beide jeden Tag auf dem Tisch haben, Kaufpreis 100.000 Euro, Bank sagt, die Wohnung ist nur 80.000 wert, davon finanzieren sie 60, 70% erdeutet, Eigenkapital des Käufers sind in der Regel fast immer 50% des Kaufpreises, 50% des Kaufpreises kommen wir mal so in den Augen. Genau, und dann findet man schon den einen oder anderen Partner einfach. Problematischer wird es noch, wenn es die eine oder andere juristische Person wird, dann wissen wir selber, das wird dann noch mal ein bisschen komplizierter. Letztendlich gibt es dafür auch hier und da mal eine Lösung, aber letztendlich im großen Ganzen, der Markt ist wesentlich schwieriger. Wir haben allerdings noch andere Themen bei Ausländern. Wir haben gewisse Länder, die bis vor, würde ich mal sagen, also bis zum Beginn des Ukraine-Kriegs nicht auf der Roten Liste waren. Wir haben jetzt ganz viele Länder, die seit dem Ukraine-Krieg auf der Roten Liste gelandet sind. Das ist Südafrika, das ist mittlerweile auch die Türkei leider, ich glaube seit ein paar Wochen. Das sind viele arabische Staaten und viele asiatische Staaten. Würde, also wenn sie jetzt eine Wohnung verkaufen oder rausverkaufen oder auch eine Haus kaufen möchten und in diesen Ländern leben und was mich überrascht hat, ist auch wenn sie gar nicht deren Staatsbürger schlagen. Also teilweise auch Menschen, die einen europäischen Pass haben, wir sind ja in der EU und in diesen Ländern leben und Geld verdienen, also verdienen sie ihr Geld in Dürren oder in Rand oder in irgendeiner anderen Währung oder in der türkischen Lira und wollen in Deutschland ein Mobil kaufen, haben wir Schwierigkeiten. Ich glaube bei der speziellen Bank, du gerade angesprochen hast, die nehmen gar keine Kunden mehr an aus den Ländern. Genau, das heißt, dass dort haben wir auch wieder ein Thema. Das sind dann eher so geopolitische Themen, die dort mit reinstehen. Also es ist ganz, ganz schwer im Augenblick. Also Ausländer, die in Deutschland kaufen, müssen entweder ohne Finanzierung kaufen oder sie brauchen einen deutschen Pass. Genau. Ich glaube, das würde auch nochmal die Sache vereinfachen oder sprechen zumindest die deutsche Sprache und haben wenigstens einen Pass der Europäischen Union. Genau. Genau. So, letzte Frage. Du hast ja gerade ganz, ganz viel gesagt. Ich glaube, wir haben keine weiteren Fragen, Nick. Okay. Wie siehst du, was sagen wir jetzt, 2023 die Situation in fünf Jahren? Heute laufen alle durch die Gegend und sagen, die Welt ist schlimm und die Inflation ist hoch und Zinsen sind hoch. Du hast ja schon ein paar Sachen heute angesprochen in fünf Jahren, also im Jahr 2027. Wie würdest, was glaubst du, wo stehen wir da im Markt? Von den Immobilienpreisen her oder von den Zinsen? Beides. Grundsätzlich ist es so, nach dieser Stelle, wir werden eine Bodenbildung, die haben wir, glaube ich, schon hinter uns, die Bodenbildung. Das sage ich sehr deutlich. Die hatten wir vielleicht Februar, März, April, wo wir die Bodenbildung gefunden haben. Auf der Basis werden wir auf alle Fälle erst mal in den kommenden 12 bis 18 Monaten eine Steigung der Immobilienpreise wieder letztendlich bekommen. und dann wird es letztendlich sehr unterschiedlich am Markt. Für Berlin bin ich mega optimistisch. Warum? Weil nach wie vor in dieser Stadt nichts passiert, aber nach wie vor ganz viele Menschen in dieser Stadt einfach wohnen und arbeiten wollen. Das sind ja nur so eine Kombination aus beiden. Wenn wir auch fairerweise im Vergleich anschauen, auch nach wie vor in Europa und der Welt sind wir immer noch in Berlin, so hart wie das für alle klingt, günstig. Ja, nicht mehr super günstig wie vor zehn Jahren. Wir sind aber nach wie vor günstig in der Situation. Also von daher wird es differenziert, dass man jetzt sagt, ich habe hier in fünf Jahren die Preise haben sich halbiert. Niemals. Also das würde ich gleich von vorhanden sagen, niemals. Zinssatzmäßig, ich bin fest sehr meint, wir müssen unsere Wirtschaft ankurbeln. Wir haben wirklich ein Problem. Ja, wenn ich jetzt sehe, einfach mal, wo wir produktionsmäßig aktuell sind, wir haben ein Problem, wir werden unsere Wirtschaft ankurbeln müssen, sondern jetzt verlieren wir den Wirtschaftsstandort Deutschland, den wollen wir alle nicht verlieren. Wir haben in Europa eine Verantwortung und ich bin mir relativ sicher, dass wir, ich sage mal, über einen Tipp, wir weiterfahrenden Zinssätze und wir unterhalten uns nicht über die Eins oder die 0,5, wir werden uns um die zwischen 2,5 und 3 Prozent, vielleicht auch 3,5, vielleicht einbänden, werden wir eine Stabilität einfach mal hinbekommen und auf der Basis werden wir und ich bin mir relativ sicher, dass die Wohnungsverbauförderung durch den Stadt angekoppelt werden wird. Super. Michael, schön, dass du heute da warst. Vielen Dank. War eine tolle Sendung mit dir. Danke. Freut mich sehr, wenn du nochmal kommen würdest, wenn du Spaß an dem Thema hattest. Danke fürs Zuschauen heute. Wenn ihr Fragen habt, bitte kontaktiert den Michael Keller von Dr. Klein. Ich glaube, wir brauchen ihn nur zu googeln. Dann findet ihr ihn schon. Er hat verschiedene Läden in Berlin und ich freue mich sehr. Und die E-Mail steht auf dem Chat, sagt mir gerade mein Kollege. Also, schönen Abend noch. Danke, Michael. Danke. 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 Danke.